Was bist du von Beruf? Ich mache eine Ausbildung und ich werde Krankenpfleger. Ich mache eine Ausbildung, um Rettungsassistentin zu werden. Ich will Feuerwehrmann werden. Mein Traum ist, Polizistin zu werden. Ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Schneider gemacht. Ich bin berufstätig, ich arbeite 40 Stunden pro Woche. Ich habe Medizin studiert und bin Ärztin geworden. Ich bin Bauingenieur von Beruf. Ich mag meinen Beruf. Mein Beruf gefällt mir. Ich finde meinen Beruf interessant. Es ist wichtig, dass dein Beruf dir gefällt. Es ist der perfekte Beruf für mich, weil ich flexible Arbeitszeiten habe. Schon als Kind wollte ich Lehrer werden. Gärtnerin war schon immer mein Traumberuf. Als Kind wollte ich Bauer werden, aber ich bin Pilot geworden. Als ich ein Kind war, wollte ich Fußballprofi werden. Das ist ein Kind. Untertitelung des ZDF, 2020